Mein junges Pferd rennt meistens zum Sprung. Was kann ich dagegen tun? Ich würde empfehlen, davon auszugehen, dass ein junges Pferd, ein Pferd ist ein Flüchttier von früher. Das heißt, dass du viel Geduld haben musst und wenn das Pferd wegrennt, ruhig anhalten, das Pferd loben und das ganz, ganz, ganz oft wiederholen, dass das Pferd sich daran gewohnt. Und das hat nichts mit einem scharfes Gebiss zu tun. Viel Geduld, auch probieren, wenn du dann zum Sprung kommst, viel Grundlinie, viel Fuß zu geben, dass wenn das Pferd dicht an den Sprung kommt, dass es dann trotzdem Platz genug hat, um die Stange nicht zu berühren, dass das Pferd nicht gegen die Hand wegrennt. Immer wenn er wegrennt, ruhig anhalten, loben und das ganz, ganz oft wiederholen. Und dann muss es langsam anweggehen. Weil wenn ein Pferd Stress hat, dann lernt er auch nichts. Das Pferd lernt nur was, wenn er sich entspannt und das hat viel Üben und viel Geduld haben. Das ist das Allerwichtigste.